So, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen, Börser, gemeinsam mit XTB. Heute ist Mittwoch, der 16.08.2023 und wir wollen uns einen gemeinsamen Blick einmal auf die Märkte gönnen. Insgesamt natürlich auf die jetzt doch, naja, was machen wir draus? Hin und her, Action im übertragenen Sinne, sah viel Versprechen aus am Montag. Gestern, trotz, ich möchte sagen, eigentlich positiver Vorgaben, so zumindest ist meine Interpretation, geldpolitische lockere Haltung seitens der chinesischen Notenbank, Leitzinsenkung, haben wir keinen politischen Impuls gesehen, stattdessen eher Abgabedruck. Wir sind sogar im S&P unter die Tiefs von Montag gerutscht, beziehungsweise im Nässe konnten wir leicht oberhalb halten. Vielleicht ist das ein positives Signal, eher ein Risikoappetit, der ausmachbar ist. Ich würde es nicht überinterpretieren. Also grundsätzlich eine sehr, sehr choppige, sehr, sehr undankbare Action. Wir haben jetzt auf jeden Fall den EMA 65 auf 30-Minuten-Basis, also die 5-Tage-Linie, nicht halten können. Erneut nicht halten können, sah eigentlich ja ganz viel Versprechende aus. Tja, wir sind so ein bisschen hin und her gerissen. Wir wissen nicht, was wir daraus machen sollen. Bedeutet also etwas anders formuliert, wir müssen weiter uns Cherries picken, also beziehungsweise Kirschen raussuchen, potenziell heiße Aktien identifizieren. Und ich denke, wir haben mit Target, guten Kandidaten heute, mit den anstehenden Earnings und auch der Price Action von gestern. Was es damit auf sich hat, in wenigen Sekunden werden wir mehr dazu erfahren. Bevor wir ganz offiziell starten, allerdings erstmal der Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die Band of Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter. Teste dann ein Risiko frei. Schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit natürlich ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risikoinweis, ganz besonders auf der Webseite xdb.com.de. Auch gerne den Kundensupport der unsprachigen in Deutschland ansässigen, in deutschen Büros kontaktieren von xdb und Fragen stellen zur Kontoeröffnung, zur Plattform, generell zur Produktpalette, was auch immer einem dort an Fragen unter den Nägel brennen möge. Gerne die Jungs und Mädels dort kontaktieren, die freuen sich über den Anruf. Dann in persönlicher Angelegenheit, alles was ich hier präsentiere, ist nicht als Anlageempfehlung misszuverstehen, sondern rein edukativ, rein informativ. Bitte das auf jeden Fall verstehen. Ich teile gerne meinen Gameplan, überhaupt keine Frage, auch unterhalb des Videos gerne Fragen stellen, die ich dann gerne beantworte oder im nächsten Event hier an dieser Stelle aufgreife, aber bitte nichts als Anlageempfehlung oder dergleichen missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails von xdb, wie gerade eben thematisiert, also gerne anrufen, E-Mail schicken und Fragen stellen. Was xdb auszeichnet, die Gründe hier finden sich einmal in der Mitte aufgelistet, hat dazu geführt, dass xdb zum Besten Safety Broker des Jahres 2023 von Brokerwahl ausgezeichnet worden ist. Ein Grund mit Sicherheit, die xStation, auf die wir jetzt in den folgenden Sekunden, in den folgenden Minuten hier einen Blick werfen wollen. Und ich habe schon mal den Chart ganz nackt, fischformfröhlich frei von Target hier aufgemacht. Und wie gesagt, Target mit Earnings. Grundsätzlich, erstmal wollen wir kurz einen Blick werfen auf die Price Action insgesamt. Ganz wichtig vielleicht, erstmal, was macht Target? Ist ein Einzelhändler der USA, das zweitgrößte nach Walmart. Und das ist etwas, das ist ein bisschen schwierig einzuordnen, aber ich glaube, man kann bei genauerer Betrachtung auch der angebotenen Produktpalette sagen, anders als Walmart, die im Bereich Consumer Staples unterwegs sind, haben wir mit Target einen Consumer Discretionary an dieser Stelle. Also, was ist der Unterschied? Consumer Staples, sehr plump gesprochen, das ist Essentials umfassend. Also, das ist so im übertragenen Sinne ein Einzelhändler, vor allem für Klopapier. Ja, also das braucht man auf jeden Fall. Anders als beispielsweise Target, da geht die Produktpalette noch weiter darüber hinaus. Da gibt es auch Luxusgüter zum Beispiel, die in Zeiten natürlich einer relativ attraktiven Konsumneigung entsprechend oder hohen Konsumneigung eben auch nachgefragt werden, beziehungsweise eines wirtschaftlichen Aufschwungs. Flatscreen-DVs und dergleichen. Also nicht, dass Walmart das nicht auch hätte, aber nichtsdestotrotz einfach, dass man eine Idee bekommt, wo der Unterschied ist. Das könnte natürlich sein, dass wir die gestrige Price Action hier, diesen Bruch auf neue Jahrestiefs, beziehungsweise diesen ganz schwachen Schluss in die Earnings hinein, dass man da eventuell eine Risiko-Aversion seitens des Marktes ablesen kann. Wie dem auch sei, also Fakt ist auf jeden Fall einmal, das ist kein wirklich positives Zeichen. Ganz besonders, wenn man sich anschaut, hier, wir wollen mal ganz kurz zurückgehen. Wir haben einen riesen Lauf gesehen in Target, in der Aktie folgend auf Covid. Hier um 90 Dollar ungefähr den Boden ausgebildet, dann einen Run, der uns hat fast verdreifachen lassen. Also das war wirklich ein starker Risiko-Appetit, wie gesagt, für Consumer Discretionary sprechend. Und diese Überlegung auch vor dem Hintergrund des billigen Notenbankgeldes. Und dann sieht man eben ganz besonders in diesem Bereich abnehmende Risiko-Aversion. Wir sehen Risiko-Aversion auch im Hinblick auf Aktien generell. Und das Target eben scharfe Abschläge sieht und sich auch weiter Abgabedruck sieht, wo ich glaube, auch aktuell vielleicht politische Gründe eine Rolle spielen. Dazu gleich mehr. Im Vergleich dazu mal einen kurzen Blick auf Walmart. Walmart hat auch eine stark bullische Performance zu sehen bekommen. Hier war Covid. Und dann hat man aber gesehen, also alleine, wenn man sich die Größenordnung anschaut, das ist wesentlich verhaltener und spricht eben für diese Einordnung. Consumer Stables, Consumer Discretionary. Bei Target jüngst jetzt auch im Fokus sicherlich diese Entwicklung rund um, wie heißt es, LGBTQ, glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Buchstaben vergessen. Dieser Pride Month und dergleichen. Da gibt es einige Entwicklungen, die der eine oder andere vielleicht auch den Medien entnommen hat. Anheuser Busch beispielsweise, Bud Light, mit einer Kooperation, Marketingkampagne, die krachend gescheitert ist, möchte man fast sagen, mit einer näher einem einenden Transaktivistin, Querstrich Influencerin. Ich weiß den Namen gar nicht. Ich habe das auch gar nicht so sehr verfolgt. Ich habe nur mitbekommen, dass Anheuser Busch in Folge dessen einiges an Marktkapitalisierung eingebüßt hat und dass es im übertragenen Sinne einen großen Boykotter in den USA von Bud Light beispielsweise gibt. Das war eigentlich die erfolgreichste Biermarke, glaube ich, in den USA bis dato. Und das hat sich dramatisch gewandelt nach dieser Kampagne. Auch Target in diesem Zusammenhang hat sich positioniert mit Ausblick auf diesen Pride-Mantel. Ich glaube, der hat über den Monat Juni stattgefunden. Auch da, man sieht, ich bin überhaupt gar nicht in der Materie drin. Ich habe keine Ahnung, was da irgendwie. Das interessiert mich auch in der Formel überhaupt gar nicht. Aber nichtsdestotrotz mich interessiert, was die Aktien darauf machen logischerweise und die Reaktionen. Es war ein hochemotionales Umfeld. Es war so, dass man sich dort wohl sehr stark positioniert hat. Viele Regenbogenflaggen und entsprechend die Ausrichtung der Geschäft in den USA entsprechend aufgesetzt hat. Das ist auf sehr, sehr großen Gegenwind getroffen. Die Kunden von Target haben sich hier diesbezüglich sehr, sehr skeptisch geäußert. Skeptisch geäußert, nicht? Also sind tatsächlich sogar teilweise gewalttätig geworden. Und Target hat darauf erst mal reagiert. Und Target hat dann infolgedessen diese Produkte so ein bisschen ins Hintertreffen wieder im Rücken lassen. Hat das nicht mehr ganz so aggressiv promotet. Pride Month und dergleichen. Das wiederum hat dann allerdings Konsequenzen dahingehend nach sich gezogen, dass es sogar Bombendrohungen gegen Target gab. Von welcher Seite auch immer, die jetzt dann ausgesprochen worden sind. Und es war ein hochemotionales, sehr, sehr heißes Umfeld. Infolgedessen, fundamental, hat sich nichts geändert. Also, klar, Consumer Discretionary beziehungsweise Einzelhändler, hohe Inflation und dergleichen. Den sowieso konjunkturellen Gegenwind. Aber in Ergänzung kommt eben dann hier, ich denke, vieles davon ist sicherlich auch eingepreist infolge der jüngsten Gapdowns, die wir über das Jahr 2022 gesehen haben, dieser Konsolidierung. Also es wird so ein bisschen größtenteils verarbeitet. Und vor dem Hintergrund, dass wir im Zusammenhang mit diesem hochemotionalen Umfeld rund um diese Pride-Geschichte hier an Neujahrestiefs zu sehen bekommen haben, konnte man hier sagen, vielleicht steht die Aktie hier vor einem so emotionalen Umfeld, dass wir scharfen Bounce zu sehen bekommen. Das habe ich auch dazu genutzt, zum Beispiel hier einen ganz kurzfristigen Trade mal abzusetzen, in solch eine Übertreibung auf der Unterseite. Der ist auch hoch profitabel gelaufen. Und ich hatte mir auch überlegt gehabt, die Aktie weiter auf dem Schirm zu haben, für einen ausgeprägteren Bounce. Also den als ersten Trade zu nutzen, um mich ein bisschen reinzufühlen und dann eventuell eine größere Korrekturbewegung zu handeln. Aber die ist ausgeblieben. Die hat nie wirklich stattgefunden. Nachdem dieses Umfeld jetzt verarbeitet wurde, sehen wir jetzt in die Earnings hinein Neujahrestiefs. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eher ein Signal, dass da andere Marktteilnehmer vielleicht jetzt auch mehr im Argen liegen sehen. So möchte ich das vielleicht mal sehen. Also das ist keine emotionale Entwicklung mehr, meiner Einschätzung nach, die wir jetzt hier zu sehen bekommen. Sondern das ist etwas, was wirklich Sorgen nach sich zieht. Wie gesagt, Earnings werden heute vorbörslich veröffentlicht. Hier einmal der Earnings-Kalender. Target ragt heraus. Vielleicht auch JD, aber Target ist unser Fokus heute. Und was ich jetzt interessant finden möchte, derzeit stochen wir im Trüben. Wir wissen nicht, wie die Earnings veröffentlicht werden. Wir wissen auch nicht dann, wie der Markt logischerweise die Aktie darauf reagiert. Aber ich habe zumindest schon mal so eine ungefähre Idee, was ich mir vorstellen könnte. Es gibt solide Earnings. Vielleicht auch. Wir sehen gestern zum Beispiel, hier einmal auf den Kalender geblickt, haben wir ja die Einzelhandelsumsätze zu sehen bekommen. Einzelhandel, Target, das ist das gleiche Segment. Also, wir sehen hier einen Uptick. 0,7% veröffentlicht gegen 0,4 erwartet. Also, das heißt, die Situation hält sich so ein bisschen auf im Bereich Einzelhandel. Das heißt also, vielleicht in Verbindung mit dann auch einer Kommunikation, beispielsweise, dass man seitens Target sagt, die Lagerbestände haben wir in den Griff bekommen. Auch das war ein großes Thema. Zum Beispiel, dass es hier einen großen Rückstau gab, eine sehr stark veränderte Konsumneigung, der bei Target-Einkaufenden oder auch bei Walmart-Einkaufenden, beispielsweise bei Ross oder auch bei Kohl's oder sowas. Wir haben in dem Zusammenhang einfach eine geänderte Konsumneigung gesehen. Wenn man hier kommuniziert, man hat jetzt diese Entwicklung im Hinblick auf die Lagerbestände und die daraus resultierenden Rabattschlachten auch, die sich natürlich ganz dramatisch negativ auf die Profitabilität des Unternehmens auswirken, in den Griff bekommen, dann wäre es eigentlich etwas Positives. Wenn die Aktie aber darauf nicht positiv reagiert und hier dieser Tagesschluss dann dazu führt, dass wir vielleicht uns kurz konsolidieren zeigen, dann aber wieder abkippen und unter den Tiefs halten, in dem Fall ungefähr verlaufen um 125, dann könnte das hier ein ziemlich signifikanter Breakout tiefer tatsächlich sein, ganz zu schweigen mal von enttäuschenden Earnings und einem enttäuschenden Ausblick, einem weiter skeptischen Ausblick, skeptischer Ausblick im Hinblick auf die Lagerbestände. Das könnte dann sogar der Trigger sein für einen starken Abwärtstrend, nicht nur Intraday heute, sondern auch für die kommenden Wochen, vielleicht Monate und dann wäre nicht auszuschließen, dass Target sich bis in Gefilde um 100 Dollar eventuell bewegt, wo ich drauf komme, als Kursziel, wo ich einfach sage, ich projiziere einfach aus dieser etablierten Range, die wir jetzt hier sehen und offensichtlich auf der Unterseite verlassen, ich projiziere einfach von dort, hoppala, diese Rangebreite nach unten als Kursziel. Das ist kein Ziel für den heutigen Handelstag, das ist jetzt, naja, nicht ganz 100, da sind wir bei 110, aber nichtsdestotrotz, also es ist ausreichend auf jeden Fall Potenzial gegeben, könnte also da durchaus vor weiterem Abwärtsdruck stehen und deswegen auf jeden Fall diese Earnings durchaus interessant, sofern sich tradingtechnisch das Weiß ergibt, werde ich das natürlich hier zum Thema machen, auch als mögliches Second Day Play, alles weitere dann morgen im Guten Morgen Börse hier gemeinsam mit XDB, also happy trading, passt auf die Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.